Kommt GTA 6 doch später als erwartet? Das ist die Frage, die sich jetzt alle stellen. Ende letzten Jahres haben wir ja endlich den ersten Trailer zu GTA 6 gesehen und am Ende dieses Trailers schreibt Rockstar nur, dass das Spiel 2025 erscheint. Das ist natürlich eine relativ weitläufige Aussage, das Jahr ist lang, das kann ja dann im Endeffekt zu jeder Zeit erscheinen. Allerdings kann man das jetzt etwas genauer eingrenzen. In einem aktuellen Finanzbericht wirft nämlich der Publisher Take-Two einen Blick in die Zukunft und da hat man die Prognose für das Jahr 2025 korrigiert und statt der bisher erwarteten 8 Milliarden Dollar rechnet man nur noch, ich sage jetzt extra nur noch, so ein bisschen in Anführungszeichen, mit 7 Milliarden Dollar Umsatz. Für Marktanalysten ist das Ganze nun ganz klar und das bedeutet, GTA 6 wird laut ihnen nicht im Fiskaljahr 2025 von Take-Two erwartet, sondern dann danach. Aber jetzt mal keine Sorge, denn das Fiskaljahr 2025 läuft vom 1. April diesen Jahres bis zum 31. März 2025 und das bedeutet wiederum, dass GTA 6 ja im Endeffekt dann danach kommen wird oder zumindest die Zeichen stehen da relativ gut oder beziehungsweise die Chance ist relativ hoch, dass es dann danach erscheint. Also eher ab dem zweiten Quartal 2025 und nicht so wie viele sich halt erhofft hatten direkt schon Anfang des Jahres. Das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die besten Nachrichten, es gibt allerdings auch noch gute Nachrichten, denn diese Analysten gehen auch davon aus, dass Rockstar auf keinen Fall das Spiel aus dem Jahr 2025 streichen wird. Bedeutet, sie werden es auf keinen Fall verschieben ins Jahr 2026. Bisher hat Rockstar ja dazu tendiert, größere Titel eher so im September oder Oktober zu veröffentlichen. Was denkt ihr, wann kommt GTA 6? Schreibt es in die Kommentare, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dann bis zum nächsten Mal.